So, ich bereite hier gerade ein ganz cooles Event vor. Wir wollen heute diese mega facken Leinwände anmalen mit 15 Mädels, die machen ein Junkosein-Ratschen. Und ich habe hier schon richtig gute Sachen vorbereitet. Ihr hört schon die Musik, denn hier geht gleich echt die Post ab, weil wir das mit diesen fetten Spritzen, mit diesen Flaschen, auf die Leinwand spritzen. Ich bin echt gespannt, da wird die Farbe so daraus gepfeffert. Wir haben geile Pinsel, geile Rollen, Schwämme, Spachtel, Farben. Auch zum Schluss werden wir mit Lacken arbeiten. Ich freue mich da schon richtig drauf. Und wir machen das gleich draußen und dann zeige ich euch, wie es gleich draußen aussieht. So, schnell noch eben die Gartenstühle abputzen. Bei dem tollen Wetter können wir bestimmt hier draußen sitzen. Ist das nicht ein geiles Ambiente hier? Freiluft malen, heute Actionpainting. Ich bin sowas von gespannt. Ich bin sowas von Ich bin sowas von Statt ganz langweilig hier den Pinsel zu schwenken, gab es hier eine Menge zum Austoben. Nämlich mit Spachteln, mit Schwämmen, mit Rollen, auch die Farbe auf die Leinwand spritzen. Mega geil zum Auspowern. Ja, Rasse nochmal raus. Die Wetter gibt noch mal alles. Dirk-Ganal. Die Wetter gibt noch mal alles. Lass uns noch mal alles. Dirk-Ganal. Dirk-Lass nachher. Ich bin wahnsinnig. Dirk-Ganal. 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 Das war's. Bis zum nächsten Mal.